hallo liebe spielenden hier ist wieder gary metatron mit einem neuen live stream zu lost ark heute sind wir hier unterwegs in lost ark und werden einige neuigkeiten erleben wir werden nämlich neue dungeons laufen werden neue länder sehen und vielleicht sogar den einen oder anderen wächter rate mal gucken was wir heute alles so schaffen ich zeige euch heute auf jeden fall was ganz besonderes neues weil es gab einen patch ja wir sind ja jetzt mitte april 2024 und für die endgame spieler muss natürlich immer was neues ins spiel kommen und manchmal sind das kontinente und stories und chaos dungeons aber manchmal sind es auch besondere sachen und zwar ist es im moment ein neuer raid so und dieser neue raid den sehen wir auch hier bei legions raid gibt es jetzt statt hier diesen pandemonium ja das war bis jetzt der letzte raid gibt es jetzt einen dunklen baratron und dieser paratron raid ja hier wo überall progress steht ja die wollen weiterkommen das ist der neue raid thema ja und wer das ist die gucken wir uns gleich an wir müssen da aber auch noch beziehungsquests machen ja zum beispiel hier mit beatrice treffen ja wir haben hier für flisterholm eine beziehungsquest nämlich für ja wie heißt sie die mit den flügeln na wer weiß ist ja ich lasse euch mal raten dann haben wir noch hier für kalvasus eine beziehungsquest das ist jemand auf der insel auf so einer pirateninsel und dafür müssen wir nach vor island und dort auch die beziehungsquest weitermachen ja also wir haben ja zwei beziehungsquest heute wir haben auch noch ein paar quests für plekia und wenn wir mit plekia fertig sind dann geht es nach woldis dann werden wir hier also den neuesten kontinent besuchen und dafür müssen wir dann auf die hochsee und nach woldis fahren ja also wir sind heute echt viel unterwegs aber wir brauchen auch und das ist das wichtigste das item level 1560 also auch da werden wir was dran tun wir versuchen heute meine ich glaube handschuhe waren es genau diese noch eine stufe besser zu kriegen ja eigentlich wollen wir die viele stufen besser kriegen nicht nur eine stufe ja es gibt hier so eine event fest eigentlich wollen wir 1580 werden aber ich glaube 1560 ist so die größte stufe im moment erst mal die wir schaffen können weil wir brauchen sonst viele schneiderbücher und viel gold und das wird eng ja vielleicht werden wir heute aber auch in kayangl ins abgrund dungeon gehen mal gucken ob wir das schaffen also es gibt heute viele viele sachen die wir schaffen könnten aber was wir machen das sehen wir dann mal wenn ihr fragen habt zu lost ark irgendwelche infos irgendwelche neuigkeiten dann ab damit in den chat und wenn ihr lost ark anfang zu spielen oder so noch eine gilde sucht dann haben wir hier eine gilde auf dem server ratik und genau da haben wir stufe 14 wir haben noch fast 40 plätze frei und haben immer mal wieder verschiedene wöchentliche aufgaben mit denen er sie mal steine kriegen könnt damit können da was eintauschen ihr könnt damit euren handwerks beruf ein bisschen weitermachen und ja vor allen dingen manchmal haben wir auch forschungen und dann gibt es noch mehr sie mal steine die haben wir im moment nicht genug währung für ja nur ihr könnt auf jeden fall einloggen und mitmachen und hier ist auch schon ein spieler unterwegs kundi heißt er hier auf twitch und der ist halt schon viel höher als ich und ja der ist noch in einem anderen dann schon der ist gar nicht in dem hauptneuen dann müssen wir mal gucken wann wir da reinkommen wir gucken gleich mal ab welchem item level das geht ich habe gewartet aber jetzt erstmal mit Beatrice sprechen für ninive so heißt die jenige mit den flügeln ja die auf lüsterholm steht und da wollen wir die beziehung auch höher bekommen ja warum hast du heute gewartet ich weiß ich habe zugeschaut geht es ninive gut ich mache mir immer sorgen um sie sie ist freundlich und liebt alle lebewesen aber sie kann nicht gut auf sich selbst aufpassen und dann gibt es einen wargriffs wohin ist der unterwegs er will niemanden sehen aber ninive wird ihn suchen ganz egal was ich sage ihr pflichtgefühl als kriegerin der lassenit gepaart mit der schuld ihre freunde nicht beschützen zu können zwingt sie dazu wirst du sie beschützen ja werde ich siehst du ein nettes mädchen ich will nicht dass hier etwas passiert ich hoffe sie wird ihr eigenes glück finden außerhalb des daseins als lassenit kriegerin ich bitte dich beschütze ninive begibt dich zu wergris nest der sonnenwächter ist dort ja und was das bedeutet das weiß ich noch nicht ja wir sollen auf jeden fall jetzt erstmal wieder zu nimive und das ist hier in flüsterholm ja da haben wir auch noch nicht das inselherz ninive ist relativ wichtig von der geschichte her die war hier in elgatia einer der wichtigsten hier in diesem kontinent ist eine kriegerin dieser engelsgleichen wesen und genau jetzt machen wir mit ihr so ein bisschen die beziehungsquest wir porten jetzt aber erstmal zurück oder moment ich guck mal gerade ob wir hier noch import macht es doch im offen haben von hier aus kann man so schlecht weg porten lied der flucht geht auch nicht ich versuche es mal vom vom housing aus tricksion ist halt so ein gebiet da kann man nicht viel von machen ja sogar meine festung kann ich von hier aus nicht betreten also müssen einfach mal raus hier tricksion ist doch ein bisschen stressig ist irgendwie so kein gebiet aber trotzdem ein gebiet und dann können wir uns auch die neuen red angucken bis jetzt war ja der neueste red akarn ja da war so die item schwierigkeit 1580 hier bin ich genau dazwischen unterwegs für mich ist also das nächste ziel ackern zu besuchen so und jetzt gucken mal wer ist denn jetzt neu ja ackern war bis jetzt mein ziel da sind auch viele hin unterwegs guck mal hier unten auf die items ja hier gibt es diese uralten items und alles sowas und jetzt ist der mein da ja jetzt ist der wirkliche dunkle marathon hier ja ein richtiger fester heftiger chef da seht ihr auch da geht es da bis 1.630 wenn er da reingeht und da gibt es auch ein reittier ja sogar zwei stück sogar ein thron als reittier auch da gibt es natürlich wieder goldbelohnungen ja aber bis ich 1610 bin ja dann muss ich erst mal hier an ihm hier irgendwann vorbeikommen und ich bin hier bei ihr meistens unterwegs ja das ist so diejenige die ich besuchen kann ihr seht diesen diese woche darf ich auch nicht bis g4 ich darf nur g1 bis 3 ist auch manchmal verrückt warum man das nicht darf ja ist jedoch hier belogen betrachten ja also was es da gibt könnte man auch kaufen im moment noch helfen kann ich noch kaufen kann ich nicht kaufen steht da nur so und genau das ist auf jeden fall der bis jetztige boss gewesen und jetzt ist der hier das versuchen alle zu schaffen das ist der endgame inhalte da sehe das eigentlich sind das alles endgame inhalte ja weil das die legion raid sind aber trotzdem das hier ist der wichtigste jetzt so mal gucken wann wir da irgendwann mal von unseren zuschauern hören ob die ihn geschafft haben ob die schon durch sind ob die das schon alles abgefarmt haben ist halt so es gibt keine höhere items stufe hier erstmal von dem uralt equipment ist 1540 alles was man kriegt da gibt es halt kein 1600 equipment oder sowas also auch selbst bei dem boss ist das item level jetzt von diesem schmuck jetzt noch nicht höher oder so ob da jetzt kein noch höherer schmuck oder so dass es einfach mal gesehen habt ja und ansonsten kampf gravuren sind auch bis jetzt legen der die höchsten ja da tut sich auch nicht viel ihr seht also ja von von brischala von von ackern hin zu thema ändert sich da nicht viel nur die schwierigkeit natürlich das item level was man haben muss und natürlich dann vielleicht die rüstung ja da müssen wir natürlich gleich mal bei punika gucken was ist denn da ob es denn da neue rüstungen gibt und für mich ist wichtig ich möchte hier nach ihm ja den habe ich noch nicht erledigt den hanu martan und dafür suchen uns gleich auch eine gruppe damit wir da weiter spielen können und wir sind hier gerade jetzt nach ergazia geportet erenor hier bin ich aber komplett durch außer hier diese eine quest die wollte ich mir jetzt noch holen und dann gucken was wir hier machen können mit dieser einen quest und im endeffekt gehen wir dann erstmal die beziehungsquests ab wir machen heute ganz gemütlichen also wir versuchen nicht ackern zu schaffen wir versuchen nach einmal die alte stufe zu erhöhen aber ihr könnt gerne fragen quatschen wenn ihr was zu erzählen habt einfach in den chat damit zum glück habe ich auch noch hier meine kristall aura ihr seht heute bis 22 20 dann da ist weg ja dann habe ich port probleme dann habe ich dann muss ich porter bezahlen dann habe ich nicht mehr so viele bifrost hier dann kann ich nur noch hier oben die benutzen deshalb ja schon schade dass man dann weniger porter hat aber bis 22 20 haben wir noch jeden spaß der welt da können wir noch loslegen so und wenn wir hier gleich die 14 minuten hinter uns haben dann kriegen wir noch mal diese münzen und kriegen noch mal schmiede bücher und dann gehen wir das item level auch erhöhen also behalten uns jetzt einfach ran damit wir paar quests abgearbeitet kriegen und gary nini w sie besorgt aus hörter ja auch hier oben ist wieder nini w unterwegs ist etwas passiert der letzte rundtisch der schwerter schien ihr stark zugesetzt zu haben garyane könntest du nini w bitten offen mit dir zu sprechen ich frage nur weil ich glaube dass ihr zwei eine besondere verbindung habt die hammer so und das ist eine relativ lange quest reihe darum ja um mit nini noch ein bisschen mehr informationen zu kriegen vielleicht auch noch so die eine oder andere cut sehen sollten wir die quest reihe auf jeden fall durch arbeiten mal gucken ob die oben ist obwohl die auf lüsterholm sein müsste im inneren der chaotischen wahrheit sie scheint größere probleme zu haben die nini w so aber wo ist sie denn jetzt ihr merkt schon um die dreht sich im moment ziemlich viel die hier bei mir ja weil ich einfach die beziehung jetzt mal fertig haben möchte ich versuche immer auf einem kontinent so nach und nach die beziehung fertig zu machen und ja nini w kam mir dazwischen die war dann auf einer inselstadt auf einem kontinent so wenn wir jetzt hier mal gucken im moment auslösungsverstärkung sagt dann ist das heute unser ziel wir haben bis jetzt nur zwei von den büchern ich glaube ich habe noch ein paar mehr aber die muss erst mal auspacken und gleich kriegen wir noch zwei mehr also wenn wir zwar vier bis sechs stück haben dann versuche ich hier mal auf item level 1560 zu kommen gleich ist es soweit ja wir können das also auch hier machen statt den punika ich weiß jetzt gar nicht ob hier auch der händler ist für die legionskommandanten doch ich glaube das ist der hier ne so und gibt es jetzt was neues nö seht ihr trotz das thema in drin ist ist immer noch hier diese dieses zeug war noch das beste man muss halt jetzt 1.580 sein damit man nach ackern kann und diese augen kriegen kann ja dann kriegt man natürlich diese rüstung ja dann kann man von der anderen uraltrüstung die ich habe auf diese uraltrüstung upgraden sozusagen aber ja ist jetzt nicht so dass hier eine neue stufe kommt ja dass sie jetzt eine stufe 1700 rüstung oder sowas gäbe oder sowas also im moment gibt es nur den neuen raid einfach nur damit ihr seht ob sich auch die items entwickeln und das noch viel schlimmer wird noch höher wird das ist ja immer so ein bisschen die frage wird es denn da noch viel mehr und bei dem abgrund dungeons ja da muss auch noch durch kayangel durch also ich habe noch ein bisschen was zu tun so jetzt reden wir erstmal über nene wie hier mal gucken wo muss denn da überhaupt hin hier oben ist ein bisschen kompliziert zu gehen hier sind alles so einzelne plattformen und so da muss man so ein bisschen porten ja genau und jetzt richtig geportet ja weiter schon mal in elgatia ist das ein gebiet was ihr schon kennt hier müssen wir nämlich auch gucken dass wir hier genug bohnen kriegen und das hier damit wir dann auch schön unsere ja wie soll man sagen unsere unseren abenteuer folie an fertig kriegen die müssen wir nämlich hier oben auch mal fertig kriegen ja da haben sehr sehr wenig bis jetzt fertig im kochen im sammeln keine geschichten gesammelt noch nicht hier den himmelsstürmer das dungeon kayangel müssen wir einfach machen ja also es gibt noch viel zu tun aber wir haben zeit wir haben ganz viel zeit so und da ist wieder ein geweh blickt in richtung er nur und scheint tief beundrückt zu sein wenn das spiel zu leise ist sagt ruhig bescheid ich kann das ein bisschen lauter machen gariane du hast mich überrascht wann bist du hierher gekommen was geht dir wohl gerade durch den kopf ich habe gerade darüber nachgedacht was kardan und dieser dämon gesagt haben wir uns regelus einfach weg war während des großen krieges erlebte lotera und ich wie die asche aktiviert wurde wenn die asche macht besitzt da muss regelus noch existieren aber wenn es stimmt was der dämon sagte dämonen lügen ständig du hast recht ich weiß dass die worte des dämon nichts beweisen werden dennoch bin ich mir uneins über regellos abwesenheit auch wenn es lange dauert wir müssen herausfinden was wirklich los ist nini wie schaut besorgt was soll man denn da rausfinden dann ermutigen wir sie mal wer von euch hat denn schon akkan durchgespielt hermann hat ja bestimmt noch nicht jeder von euch aber sich nur darüber sorgen zu machen er hat auch nichts ich werde die von laurel hinterlassen dokumente und aufzeichnungen durchsehen warum versteckt laurel den würfel unter dem rundtisch der schwerter der würfel erst der erbe der haal ja das ist er dennoch wurden die haal vor langer zeit von regulus ausgelöscht es gibt einfach zu viel was wir nicht wissen ich muss in laurels aufzeichnungen antworten finden ja und das war's schon für diese quest so schnell geht's einfach ein bisschen geschichte mit niniwe und da geht es schon wieder weiter jetzt müssen wir schon wieder zurück porten wir wollen ja fertig werden und das ist halt so egal haben wir jetzt viele quest pleck hier haben jetzt noch kleine quest zu erledigen die beziehungs quest irgendwann haben wir auch unser quest lock mal durchgearbeitet ihr seht ja wie viel da immer zu erledigen ist ja wobei die lila und quest nicht so toll sind ja also nur die orange die türkise die haben richtig geschichten und die beziehungs quest die rosen die sind interessant bist du hier die haben alle so cutscenes und sowas die haben halt dann auch sprachausgabe gut drin weil ihr seht ja bei der lila wird nicht viel geredet bist du hier um die neve zu sehen sie ist eben erst in den raum der reue gegangen raum der reue der raum der reue ist laurels das ist der ort an dem laurel für gewöhnlich seine arbeit verrichtet hat der priester zögert so als würde er sich mühe geben lauriel nicht zu erwähnen es eine sie ne also die priesterin zögert so als würde sie sich mühe geben wenn man es richtig übersetzen würde seit dem kajangel vorfall waren wir dabei das gebäude zu leeren aber die neve verbringt seit kurzem viel zeit allein in dem raum die hapseligkeiten des schlafenden schwertes ja ihr müsst jetzt natürlich so ein bisschen die elgatia geschichte kennen was das hier alles für kriege gab was laurel ist und sowas das ist halt jetzt so ein bisschen ähm ja ist natürlich ein bisschen schwierig für euch wenn ihr die ganze story nicht so kennt aber könnt ihr alles auf meinem kanal nachgucken einfach eingeben elgatia garyen und dann seht ihr so die let's place wo ich hier unterwegs war in elgatia und da ist auch die storyline dann zu sehen liebe laurel lieber laurel diese lektionen haben diese lassen die der einzelne ein kind war ja gut das ist jetzt ein bisschen geschichte ich wollte jetzt nicht so viel story lesen da ist die neve wieder die neve scheint deine anwesenheit nicht zu bemerken kariane wie bist du hierher gekommen hier hat laurel gewohnt als ich jung war sind beatrice und ich oft hierher gekommen laurel hat uns vieles beigebracht ja beatrice kann auch dass die im himmel intriktion dieser ort schien damals so riesig und was machst du hier kannst du dich noch daran erinnern dass ich gesagt habe ich würde nach aufzeichnung über laurel suchen darüber was laurien elgatia tat nun er hat viel mehr getan als ich dachte er war vorsitzender des rundies der schwerter und auch ordnungshüter unter den lazenit für die lazenit war laurels anwesenheit vollkommen ich habe mich gefragt warum jemand wie laurel eine solche entscheidung treffen sollte ja der ist ja auf einmal dagegen gegen alle gewesen deshalb durchstöbere ich hier die aufzeichnung gehen wärst du damit einverstanden dass wir laurels aufzeichnung zusammen durchsehen ja klar kann mal gucken was er so gemacht hat also das ok das ist der raum das war es schon ich dachte man könnte das licht geht ein brief den die propheten verfasst haben die stimme des ließes nicht mehr zu hören die lazenit stehen nicht länger in der gunst gottes und wir können nicht unsere überzeugen kundtun nach der wir dem willen gottes befolgen da ich nun ein wächter bin kann ich die welt nicht länger sehen und meine eigenschaft als prophet der nicht dazu imstande ist den willen gottes überliefern schmerzt mich sehr es tut mir leid die diese last aufzubürden das rad des schicksals steht still der herr begünstigt die lazenit nicht länger mit seiner herrlichkeit was ist denn mit regulus los das ist ja der gott das wäre ja sozusagen der gegenpart gegen die dämonen dieses der grund weshalb ich gehe ich möchte gottes stimme hören möge am ende deine rast das licht des wohlwollenden herren auf die scheine ok soll ich noch mal prüfen ordne andere spuren ok dieser text wurde in große eile verfasst dies ist unser alles und unsere zukunft bitte versteckt es wie du versprochen hast niemand darf davon erfahren auch für euch ist dies unerlässlich mit ausnahme von denen die darin ausgebildet wurden ist niemand dazu imstande den irrglauben der abweichung zu verstehen hal eben holz jade ja hal wurden vernichtet die hal weil ich jetzt auch nicht mehr genau was es ist müsste man mal vielleicht in den karten gucken und tal eingeben liest laurels tagebuch jetzt haben wir es aber gefunden hier ich kann laurels kummer spüren kommt zu mir bringt mir den schlüssel beschworen gegen sehr schnell und treibungs ich erinnere mich erinnere mich an den moment als erfahrten des lichts hinabstieg und meine kollegen vor freunden weiten gehe ich zurück ich muss folgen das ist mir nicht erlaubt zu sprechen prozions arsche gestohlen habe zu bestrafen im gegensatz zu den hal die vollständig aus dem sein verschwanden wurde uns gottes verständnis und liebe zuteil der uns dieses wunderschönes paradies des lichts führte ja genau trotz diesem langen in diesen worten keinerlei emotionen ich wusste es unsere eltern haben uns nie geliebt ich habe nichts gefühlt das passiert also ganz komische geschichte irgendwas hat er für probleme gehabt so irgendwie obwohl sie alle engelchen sind ist er irgendwie verrückt geworden die schließung von algerzias tor prophetin beatrice wurde eine wächterin und anschließend an das ende der welt geschickt und kardan und ninive reisten zur oberfläche nachdem ich die variablen so gut wie ich konnte unterdrückte versiegelte ich das tor von algerzia diogenes hegt ein verdacht so wie er schon der letzte in der letzten dimension tat bin ich gezwungen ihn zu töten ich bin bereits dutzende ja sogar hunderte mal an diesen ort gekommen und jedes mal tötete ich die die ich liebte mit meinen eigenen händen es ist alles bereit es kann jetzt nicht mehr aufgehalten werden da die zukunft so vorbestimmt ist um des blutens willen das bereits vergossen wurde muss ich es tun also der ist völlig durchgedreht dieser laurel alle will der killen und so hat er ja auch gemacht und so boah das lesen wir jetzt nicht komplett und so aktiviere ich den würfel was ich sah sich die kontrolle übernahmen war schlicht unvorstellbar eine dimension die unzählige möglich bei genau der konnte immer wieder in die vergangenheit reisen in andere dimensionen ich sah einen jungen der im freien wald stand dieser junge verfolgte mich durch unzählige dimensionen der junge wurde nicht vom würfel erschaffen ich wusste nicht wer dieser junge war der junge zögerte und öffnete seinen kleinen mund mein name ist keine ahnung crazy alles crazy das tagebuch eines was sie hier für geschichte erzählen wollen aber die ich nicht lesen will es wäre wohl am besten dies Nineveh zu zeigen ja die können uns das vorlesen hallo gundi schön dass du eingeschaltet hast wie geht es dir alles gut bei dir schon mit einem charakter durch thema hindurch oder wenigstens geld eins oder so erzähl doch mal wie läuft es bei ihm oder hast du schon busse dafür gemacht die anderen schon durchgezogen bei dir weiß man nie hast bestimmt schon in korea drei jahre geübt oder so schon seit der alpha von thema irgendwie auf einem testserver oder so du hast ihn noch nicht angefasst was hast du denn so eine kleine raid gruppe für dich selbst schon erstellt mit dem du da immer reingehst oder so also so eine feste gruppe oder machst du das versuchst du das mit randoms aus dem aus dem gruppenfeinder hier ja da gibt es ja vielleicht auch welche bei twitch die das versuchen oder kann das sein ich weiß nicht genau ah du hast eine ja das ist doch gut beteilige dich an der gründung von erne und versuche den tempel der wahrheit zu schließen fehlgeschlagen bringe die wahrheit über regelos ans licht fehlgeschlagen er hat uns schon immer beobachtet der sperr des lichts ist für den tod vieler lasenit verantwortlich versuche egatia zu öffnen indem du dir die macht fehlgeschlagen versuche egatia mit den schwertern der lasenit zu öffnen fehlgeschlagen zwei der schwerte hatten einen erheblichen sinneswandel also sie ist ja auch ein schwert die entferne weitere variablen diejenigen die als variablen das sind die verschiedenen dimensionen in denen er immer was anderes versucht hat erhalte kontrolle über kajangel bei dem öffnen strahlende fahres kam es zur verzögerung mir bleibt keine zeit ich muss die variablen entfernen ok der ist völlig durch den wind der hat immer weiter versucht alle möglichen variablen zu fahren hier hast du mal das buch in die weh das ist lauriel wie viele fehlschläge musste er leiden um die dimensionen zu sehen die er sehen wollte ninives hand zitterte als sie die seiten des tagebuchs umblätterte ist mir gar nicht aufgefallen sie liest jetzt oh da ist aber ein dicker stapel bücher regellos warum hast du ninives schein zunehmend verunsichert auf der letzten seite befindet sich ein fallen zauber ich muss den zauber auf sichere weise brechen wenn ich weiterlesen möchte die energie des zaubers wirbelt in ihrer hand es sollte nicht lange dauern du siehst ihr dabei zu wie sie versucht den zauber zu brechen ich habe den zauber gebrochen von der seite geht keine gefährliche energie mehr aus garen wirst du sie lesen du kannst mir die gern vorlesen ok ich lese sie aus dem tagebuch fällt eine zeichnung ok das ist nie keine ahnung sieht hübsch aus aber ich weiß nicht wer das ist was ist da ninive sieht die zeichnung an und ist fassungslos wer ist das diese zeichnung sie zeigt beatrice und mich als wir noch von laurel unterrichtet wurden ninive start auf die zeichnung achso das waren die zwei die zwei mädchen waren sie und beatrice warte darauf dass ninive sich beruhigt laurel nicht zu fassen dass diese zeichnung noch existiert das ist eine erinnerung eine die sich nie wieder ereignet hätte ich wünschte dass auch beatrice diese zeichnung gesehen hätte ich werde sie zu erbringen wirklich ninive überreicht die zeichnung mit einem gesichtsausdruck der dankbarkeit danke gariane ich bin froh dass es dir möglich ist nach trixion zu gehen ich bin mir sicher dass beatrice alles was wir getan haben von trixion aus bezeugen sollte ich mache mir sorgen dass sie all den schmerz allein ertragen musste laurel war für uns beide lehrer und vaterfigur zugleich bitte tröste beatrice ich bitte dich ok und schon müssen wir wieder nach trixion hoch so schnell kann es gehen hin und her kreuz und quer also auf wieder nach trixion da waren wir gerade eben für die beziehungsquest aber jetzt machen wir das wieder aber die wollen nicht hartmut laufen weil die keine eier haben ja da müssen sie zum rewe gehen oder zum aldi oder zum lidl da gibt es die also noch hat der haben ein paar läden auf kaufland auch da gibt es eier auf jeden fall wollen die den damit beschmeißen oder wie im hartmut bei diesen jahr müssten die dann auch hart gekocht werden das ist auch die frage oder geht das einfach auch ohne hart gekochte eier warum willst du denn nicht im normal mode rein warum muss denn sofort schwer sein ich habe auf dich gewartet ich wusste dass du zurückkennen würdest nene w ist im zimmer in dem sich laurel aufgehalten hat und ordnet seine sachen ich werde ihr dabei helfen das haben wir gemacht und wir kriegen karten pack stählernde eier die gibt es aber nicht im kaufland da musst du dann schon irgendwo in so einen dekoladen gehen die haben auch eier in plastik und stahl und sowas alles weil die ihre volle dosis an hardcore content will ja okay ja gut aber man ist ja erstmal froh wenn man auf normal durch spielt oder seit sich tricks und store für dich geöffnet haben habe ich mehr zeit damit verbracht runter auf achesia und all die lebensformen zu blücken die auf der oberfläche sind dabei mache ich nicht von meinen fähigkeiten als wächter gebrauch sondern nur von meinen beiden augen denn einfluss war immer sicht auf die dinge zuträglich und dafür bin ich unendlich dankbar gibt beatrice die zeichnung aus laurels tagebuch able kriegen die quest gerade richtig voran hier und da haben wir wieder ein kartenpaket mehr ja voll so muss es sein übergibt das bild aus dem tagebuch das ist es ist eine zeichnung nie wie und ich und laurel bevor ich nach tricksion kam hat laurel und mir vieles beigebracht der grund weshalb wir die lasenit geboren wurden das leben eines propheten der dem willen des lichts dient die unzähligen tabus die dem schicksal des wächters vorbehalten bleiben müssen und die primäre mission es erinnert mich an meinen ersten tag in tricksion das licht das die beobachterin ruft fiel auf elgatia ich stieg die treppe des lichts nach tricksion hinauf ich blickte mich um und laurels besorgte augen starrten mich an ich werde nie vergessen wie traurig er aussah die lille quest und meine cut 10 das ist mal was besonderes sehr schön aber wieder was neues von beatrice gehört beatrice erinnerung rühren sie zu tränen wäre es in ordnung wenn ich diese zeichnung behielte natürlich beatrice sieht sich das bild sehnsüchtig an von hier aus war ich zeuge jeder entscheidung die laurel je getroffen hat was er erlebt hat und warum er diese entscheidung getroffen hat die art und weise mit der laurel seine entscheidung getroffen hat war falsch aber diese entscheidungen haben vieles bewirkt es mag ein verdorbener und schrecklicher fahrt gewesen sein aber er lenkte das rad des schicksals in eine neue richtung und vielleicht ermöglicht uns das die zukunft die er sich gewünscht hat allerdings ist die zukunft alles andere als gewiss und es liegt an jenen die überdauern sie zur wirklichkeit zu machen beatrice sieht er garzia mit stanzierten blick an laurel war stets warmherzig und frühsorglich ich werde hier in stille für ihn beten beatrice faltet ihre hände zum stillen gebet ich wünsche dir dass du nach deiner langen reise endlich frieden findest ja und das war schon gehe nach ere nur zurück und jetzt haben wir auch schon die 20 münzen hier jetzt können wir also aus dem event laden uns wieder schneider truhen hier holen die wir gleich brauchen um unser item level zu erhöhen jetzt wird es langsam interessant weil jetzt haben wir hier dreimal die truhe dreimal spezialisierte schneidermaterial und dreimal zack bedeutet insgesamt acht bücher ja jetzt können wir also gleich glück haben und mit den acht versuchen das nächste item level erreichen ja jetzt wird es echt spannend ich würde sagen oh gott mehr silber ich würde sagen wir machen jetzt erstmal diese Nineveh quest weiter und dann versuchen wir sofort mal das item level zu tunen bin mal schwer gespannt kriegst du nicht 20 pro tag ja doch wenn man diesen timer benutzt also wenn man täglich einloggt und eine halbe stunde drin bleibt kriegt man diese 20 pro tag diese münzen und wenn man die event quest mitmacht ne also dieses rennenpferd oder was das auch immer für eine event quest ist es gibt ja jetzt immer es gibt ja irgendwo so einen event quest eingang dann kriegt man noch mehr ach hier ist jetzt auch eine neue quest verstreute aufzeichnung da müssen wir auch noch mal gucken gleich aber jetzt erstmal weiter hier mit Nineveh Beatrice wie ging es ihr? erzähle was Beatrice gesagt hat also glaubst du dass es Beatrice eines Tages möglich sein wird nach Egertia zurückzukehren damit wir zusammen durch Irno schlendern am großen Tempel beten und Wolkenkekse auf dem großen Platz essen können? ich bin mir sicher dass dieser Tag kommen wird wirklich? danke aus irgendeinem Grund glaube ich dass alles möglich ist solange du es bist die es ausspricht als du in Trixion warst habe ich mir alles durchgelesen was Laurel hinterlassen hat Gariane ich bin nun bereit den nächsten Schritt zu gehen bald wird der Rundtisch der Schwerter einberufen und wenn es soweit ist möchte ich dass du mich begleitest jawoll jenseits des strahlenden Pfades ich habe ein Level Up bekommen deine Kaderstufe ist gestiegen sehr schön wieder Kaderstufe höher ja da müsste ich ja jetzt hier ja genau ich kann mir mit 125 mehr Intelligenz holen zack so jetzt bin ich mal wieder schwer intelligent geworden was bist du eigentlich für eine Kaderstufe Kundi ja ich war nicht jeden Tag die halbe Stunde im Spiel also ich habe jetzt halt nur vier Bücher geholt heißt seitdem wir das letzte Mal hier gestreamt haben hatte ich vier Tage Lost Ark die anderen drei habe ich dann doch auch WoW und sowas gespielt und habe es nicht geschafft hier einzuloggen sie ist weg ja ich muss jetzt erstmal gucken wo ich den nächsten Quest schritt kriege und wir haben jenseits des strahlenden Pfades erreicht das ist ja hier eine Errungenschaft hör dir Beatrice Gedanken an ja wunderbar wir schaffen immer mehr Errungenschaften schaffen Errungenschaften gefällt mir und sie ist weg jetzt wissen wir nicht mehr wo sie ist tja wo ist Nineveh jetzt ist hier noch eine Quest von Nineveh nein ist hier noch eine Quest von Nineveh nein das ist faszinierend was wir jetzt kurz machen ist und das ist jetzt was was euch natürlich ein bisschen nerven könnte dass wir mal die Beziehung hier ablaufen wo wir einmal hier oben in Elgatia sind wir werden kurz zum reisenden Händler gehen mal kurz da kaufen was sich für diese ja für diese Kochsachen lohnt und danach geht es weiter mit den Quests also wenn ich Nineveh finde also ich weiß nicht ob manche manche von diesen Quests kommen alle Tage nur freigeschaltet ja also aber ich hatte gerade drei oder vier hintereinander jetzt ist er aber weg vielleicht ist er auch oben bei Beatrice jetzt ich weiß es nicht wo sie jetzt ist das Lied der Lassanit habe ich auch noch nicht das Emote habe ich auch noch nicht ich habe viele Emotes noch gar nicht es ist echt zum Mäuse melken manchmal muss ich erstmal gucken wie ich die ganzen Sachen kriege Lied der Lassanit muss es doch hier geben ok dafür müsste ich jetzt kochen Sammelitems sammeln und so weiter ok ich glaube das wird nix und das Emote Geschenk müsste ich auch gucken wo ich das hier kriege weiß ich nicht in Elgatia sind wir auf jeden Fall noch lange nicht mit diesen Abenteuerfolianten ja wir sind hier gerade Nordvern da versuche ich noch mit Avele fertig zu werden und dann kommt erst Sascha ja dran dann äh dann versuchen wir hier noch die Sammelitems zu machen dann kommt erst Rohendel dran und so weiter und so fort also ihr seht bis ich hier in Elgatia den Abenteuerfolianten vorarbeite und dann dieses Lied aus Trixion kriege und so das wird noch was dauern aber vielleicht kriege ich hier was schönes ach guck mal da der hat Karten ohne Ende das ist ja gut das kann man ja gut gebrauchen Karten sind immer schön dann hat er hier auch viele Beziehungsitems ist das auch gut dann hat er natürlich hier das Lied für das Housing ja und den Geheimbeutel dafür fehlt mir diese Blume hm okay dann muss ich nochmal Blumen sammeln gehen irgendwann das ist ja gut die 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 Untertitelung des ZDF, 2020